Musik 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 Wenn es um einen exklusiven Taucherlaub auf Palau geht, steht Einnahme ganz oben. Seit 1995 bietet die Ocean Hunter 1 No Limit Tauchen für maximal 6 Taucher. Weil die kenntnisreichen einheimischen Tauchführer und Kapitäne genau wissen, wo und wann man am besten taucht, bekommen die Gäste einen optimalen Service. Tauchen Sie, wann Sie es möchten, ohne mit vielen anderen Tauchern zusammengepackt zu sein. Dies eröffnet Ihnen eine völlig neue Welt von Tauchmöglichkeiten. Wenn man direkt von der Tauchplattform der Ocean Hunter 1 aus taucht, hat man die Chance, den Tauchplatz vor Ankunft der Armada von Tagestauchburten zu genießen. Nitrox ist verfügbar und jede Mischung kann gewählt werden. Fotografen und Videografen haben die Möglichkeit, ein 1200 Watt HMI Beleuchtungssystem zu benutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Die Kabinen, die speziell für Taucher entworfen wurden, bieten Netzspannungen von 110 Volt und den europäischen Standard von 220 Volt. Ein engagierter Chefkoch serviert lokale und internationale Gerichte, bei dem einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Musik 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 Musik